Herzlich willkommen beim Wetter. Am Sonntag erreicht uns vorübergehend ein Zwischenhoch und dieses bringt uns einen Mix aus Sonnenschein und auch dichteren Wolkenfeldern. Es bleibt oft bis weit in den Nachmittag hinein trocken, danach zieht vom Westen her kompakte Bewölkung auf und von Baden-Württemberg bis hinauf nach Nordrhein-Westfalen und teilweise dann auch schon bis nach Niedersachsen ist dann gegen Abend mit etwas Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 Grad auf Rügen und bei bis zu 15 Grad im Preisgau. Zum Wochenbeginn wird es dann, wie am Trend von Köln zu sehen ist, erneut nass bei rund 13 Grad, danach etabliert sich wieder freundliches Frühlingswetter und bis zur Wochenmitte steigen die Temperaturen auf rund 16 Grad an. Das war's vom Wetter, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.